Jo Leute was geht's, hier ist der FreeKing und heute wird ein Video, heute zeige ich euch wie in Call of Duty Backups 3 die Bonus Map in Nuketown kostenlos herunterladen könnt und das ist eigentlich recht einfach, also aus RSS erstellt ihr einen Activision Account und verknüpft diesen dann mit euren PSN Account, dann klickt ihr unten auf den Link, den ich euch unten verlinkt habe in der Infobox und kommt ihr auf so eine Supportseite und dann müsst ihr halt die ganzen Dinge ausfüllen, also Spieltitel, natürlich Backups 3, Calltyp Nuketown, Plattform ist halt jetzt auf welche Plattform ihr spielt, also in meinem Fall PS4, dann halt dein Gamertag, GamerID, dann die Region ist eigentlich relativ egal, da kommen so zwei Fragen, also in meinem Fall habe ich mein Code für Nuketown funktioniert nicht ausgewählt und dann müsst ihr einfach nur auf Formular abschicken drücken und dann kriegt ihr sofort einen Code zugesendet, also auf die nächsten Seite dann einfach einen Code, den lösst ihr dann im PSN Store ein und dann könnt ihr automatisch die Map Nuketown runterladen. Ja Leute, ich hoffe euch hat dieser kleine Trick gefallen, ansonsten lasst mir ein Like da, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ich bin aus und ciao!